So, Horchen-Tipp Nummer 1. Und zwar bekomme ich ganz oft die Nachricht, ich höre mit meinem Stethoskop überhaupt nichts. Und von daher der kleine Tipp, es gibt Doppelkopfstethoskope, also eine kleine Seite für Kinder normalerweise oder eben für deinen Hund und eine große Seite für die Erwachsenen oder eben für dein Pferd. Und es gibt hier einen Drehmechanismus und je nachdem wie der eingestellt ist, hörst du eben auf der großen Seite oder auf der kleinen Seite. Das heißt, du machst dein Stethoskop in die Ohren, klopfst vorsichtig, ja, ist an, drehst zurück, ist wieder an. Wenn du jetzt aber drehst und klopfst, hörst du gar nichts. Also, wenn du nichts hörst mit deiner Horche, überprüfe mal, ob du ein Doppelkopfstethoskop hast und ob du vielleicht einfach den Kopf drehen musst.